ja servus leute heute mal ein etwas ungewöhnliches video auf meinem kanal jetzt am jahresende 2019 will ich euch mal zeigen wie viel geld man mit youtube videos einnehmen kann und das werde ich euch mal zeigen anhand einiger videobeispiele von mir auf dem kanal und ich werde auch unten in die videobeschreibung wieder sprungmagen einsetzen dann können wir zu den punkten springen die euch wirklich interessieren und jetzt legen wir aber erstmal damit los wie denn mein kanal so von der größe und von den zuschauerzahlen und von der entwicklung in den letzten zwei jahren tatsächlich aussieht wenn ihr informationen über euren lieblings youtuber in erfahrung bringen wollt dann ist social blade die seite die ich euch empfehlen würde ich stelle auch unten in die videobeschreibung einen link dazu ein denn dort könnt ihr immer statistische werte zu den einzelnen kanälen einsehen also hier oben zum beispiel seht ihr auch wann der kanal gegründet wurde allerdings muss man dazu sagen das ist dann praktisch das datum an dem man sich für youtube registriert hat und dann sieht man hier auch so ein paar jahren listen geschichten man sieht also welchen rang man weltweit bezüglich der subscriber und das social blade einnimmt dann sieht man hier den videoview rank da sieht man also wie man in sachen anzahl von views im vergleich zu allen video kanälen weltweit abschneidet dann sieht man den rang im eigenen land und man sieht auch den rang in der kategorie in dem sich der youtube kanal bewegt wobei man auch sagen muss das sind halt alles social blade daten das heißt nicht dass wirklich 100 prozent aller kanäle hier in social blade auch erfasst sind und dann könnt ihr immer monatsaktuelle informationen bekommen ihr seht also hier wie die abonnentenzahl des kanals entwickelt habt ihr seht hier eine geschätzte einnahmehöhe für den kanal da muss ich gleich dazu sagen die spanne ist hier deshalb so hoch weil punkt a über das jahr verteilt die einnahmen für views unterschiedlich ausfallen in den letzten monaten des jahres fallen die einnahmen immer höher aus weil dort die werbetreibenden mehr werbung schalten und man sieht auch hier wie die views in den letzten 30 tagen sich entwickelt haben und dann habt ihr hier nochmal so eine tageübersicht von den letzten tagen wie sich das entwickelt hat und hier unten seht ihr dann auch nochmal den verlauf wie das insgesamt aussieht mit den views und mit den subscribern hier habe ich zum beispiel rund 150.000 views verloren weil ich einige videos offline genommen habe weil ich mir da nicht ganz sicher war ob die in sachen urheberrecht wirklich einwandfrei sind das heißt also dieser knick hier spiegelt dann auch zum beispiel wieder wenn ein youtuber videos offline nimmt oder auch löscht vom youtube kanal und hier kann man dann auch immer sehen wann ein youtuber mal vielleicht ein besonders gutes video hatte oder wann er ja eine sonderaktion gestartet hat mit mehreren videos die viel interesse fanden also hier im november 2017 ist zum beispiel mein video zu meinem garagenboden von dem youtube algorithmus aus irgendeinem grund aufgegriffen und ganz viel auf der startseite empfohlen worden und deshalb sind da die views massiv nach oben gegangen und dann sieht man hier ist dann noch mal das zweite video was ich gemacht habe zu dem garagenboden recht gut gelaufen und dann sieht man hier im november 2018 da habe ich zusammen mit einem anderen youtuber dem ove kröger den e cannonball ins leben gerufen und da ging die views auch nach oben und da ist es mir dann auch gelungen das relativ stabil zu halten was jetzt die zuschauerzahlen angeht und hier sieht man dann das war dann der e cannonball 2019 da sind dann die live streams die ich gemacht habe sehr gut angekommen bei den zuschauern und das hat dann auch noch mal für diese steigerung gesorgt und ihr seht jetzt oktober november hat sich das ganze wieder normalisiert zusätzlich könnte hier unten dann noch sehen wie sich die subscriber entwickeln also man sieht auch hier ja dass die das ist am anfang immer recht schwer fällt auch abonnenten entsprechend für den kanal zu gewinnen und es gab dann hier auch eine relativ positive entwicklung allerdings so in den letzten monaten stock das ganze ein bisschen das heißt also der trend ist nicht gerade positiv muss man ganz klar sagen da gelingt es mir also moment nicht die zuschauer dazu zu bewegen auch ein abo da zu lassen falls ihr das jetzt schaut lasst bitte ein abo da das soll es dann auch schon zu den social blade daten gewesen sein ihr könnt auch hier noch mal in den verschiedenen tabs noch mal euch durchklicken dann seht ihr noch mal detailliertere informationen zum kanal aber im prinzip ich schaue auch immer nur auf die startseite das reicht mir eigentlich als information und was ihr auch machen könnt ihr könnt auch verschiedene youtube kanäle hier wenn ihr auf compare geht und compare youtube channels dann könnt ihr wenn ihr den namen von dem kanal wisst dann könnt ihr auch verschiedene youtuber miteinander vergleichen und jetzt kommen wir aber zu den videos die ich euch mal zeigen will anhand denen ihr auch mal abschätzen könnt wie viel kann man denn tatsächlich mit youtube videos einnehmen ja und wir fangen dann jetzt auch direkt mal mit meinem mit abstand erfolgreichsten video an und zwar ist das hier dieses video über garagenboden schnell und einfach sanieren und da habe ich mit abstand die meisten views gemacht ihr seht jetzt hier dass in dem neuen youtube studio das ist also seit ein paar monaten im jahr steht das zur verfügung dass es jetzt einen fehler gibt das wird auch hier entsprechend angezeigt denn vom ersten januar bis zum 25 november 2019 werden die aufrufe nicht korrekt dargestellt und auch weitere daten könnten hier falsch sein deshalb wechseln wir ins creator studio classic und schauen uns das ganze dort an und dann hoffe ich mal dass wir hier das dann auch entsprechend sehen können ihr seht jetzt noch einmal auf 28 tage ich gehe jetzt hier auch mal auf zeitraum seit erstellung und dann sieht man auch hier wie die aufrufe entsprechend peaks aufweisen die ich mir persönlich nicht erklären kann wir gehen jetzt hier mal auf die details ich hoffe dass das hier entsprechend angezeigt wird jawohl und ihr seht also dass hier im november 2017 am vierten 11 2017 dieses video an einem tag knapp 28.000 aufrufe gemacht hat und auch im weiteren verlauf ist das durchaus ganz ordentlich für meinen kanal gelaufen weil so hohe aufrufe habe ich bei keinem videos muss man ganz klar sagen dafür ist mein kanal viel zu klein und hier dann im mai hat dieses video noch mal aus irgendeinem grund viele zuschauer auf sich gezogen da hat der algorithmus ist also noch mal aufgegriffen und dann sieht man aber dass hier konstant täglich kann man sagen immer so zwischen 100 und 200 views zusammenkommen und das ist natürlich auch was was positiv ist wenn man ein video hat was auf dauer auf youtube funktioniert oder sagen wir mal zumindest halbwegs funktioniert dieses video bringt mir also seit der erstellung durchaus solide views täglich und man sieht auch hier dass am anfang die views wirklich ja die waren bescheiden und irgendwann hat das video dann momentum bekommen und wie gesagt ich kann mir nicht erklären warum und jetzt schauen wir uns aber auch noch mal an wie das ganze sich finanziell ausgewirkt hat und zwar gehen wir da mal auf umsatz wo sind wir hier auf umsatz gut und hier sehen wir dann den umsatz zu dem video und man sieht auch dass es hier wahrscheinlich in der zeit vom jahr vom 9 11 bis zum 6 12 fehler gegeben hat ich weiß nicht ob die nur in hier in der grafik entsprechend sich auswirken oder ob das eventuell auch auswirkungen sind die sich auf die einnahmen entsprechend ausgewirkt haben das kann ich jetzt also schlecht beurteilen auf jeden fall haben wir hier 846 euro 99 die ich mit diesem video seit 11 juni 2017 bis zum 29 12 2019 eingenommen habe und das ist doch schon recht ordentlich man muss aber dazu sagen dass es mit abstand mein erfolgreichstes video ich habe es nie wieder geschafft auch nur annähernd so viele views auf ein video zu generieren und dann sieht man hier auch noch dass laut der analytics anzeige ich 386 1699 monetarisierte aufrufe gehabt habe ich gehe davon aus dass es hier sich wirklich nur um die monetarisierten aufrufe handelt ich habe wie schon erwähnt 846 euro 99 eingenommen und laut der eigentlichen view anzahl die insgesamt auf dem video sind habe ich also 430 780 views auf dem video und das bedeutet dass ich mit diesem video pro 1000 klicks rund 1 euro 96 1 euro 97 eingenommen habe sagen wir also mal rund zwei euro pro 1000 klicks das ist ein durchaus guter wert in meinen augen auch laut social beat ist das ein ganz guter wert denn wenn ihr hier mal schaut wird nicht automatisch von 400 euro ausgegangen wenn man jetzt hier mal zwei euro auf 200.000 klicks nehmen würde sondern es kann auch sein dass es nur rund ein viertel davon ist dass man also zum beispiel nur 50 cent pro 1000 views bekommt das hängt also immer ganz vom genre ab zum beispiel ja schminktipps schmink oder kosmetik kanäle auf youtube die haben deutlich höhere werbeeinnahmen wenn aber jetzt jemand streams von videospielen die er selbst gespielt hat hochlädt dann ist die vergütung wohl nicht so hoch und da kann man dann auch schon mal bei 50 cent bis 1 euro pro 1000 views nur liegen also wie gesagt man kann nicht pauschal sagen ein youtuber verdient mit einem video so und so viel oder so und so viel sondern das hängt immer ganz davon ab welche inhalte man hat auch wie viel werbung man schaltet das sehen wir dann gleich noch mal da ist dann diese ominöse zehn minuten marke wieder relevant auf jeden fall kann man nicht pauschal sagen wie viel man für 1000 views pauschal verdienen kann und jetzt zeige ich euch aber mal ein video was eigentlich von den views richtig schlecht gelaufen ist was aber mal ein ganz anderes beispiel dafür ist wie will man tatsächlich mit youtube einnehmen kann und zwar habe ich hier ein video gemacht zum swift indoor rennrad training und bin selbst ganz fassungslos wie viel einnahmen ich mit diesem video generieren konnte bei gerade mal 2940 views hier ist aber auch wieder diese anzeige dass die daten nicht 100 prozent korrekt sind ich gehe aber davon aus dass es sich nur um geringe verschiebungen handelt weil man ganz klar sagen muss ich habe das hier schon seit ein paar tagen im blick weil ich das doch sehr überrascht hat wie viel es eingenommen hat und die tendenz hier stimmt und auch die einnahmen stimmen soweit also ich gehe davon aus dass das auf jeden fall passen sollte bei diesem video muss man gleich dazu sagen da gibt es die besonderheit es hat insgesamt eine länge von 27 minuten das heißt ich kann mehr werbeanzeigen dazwischen schalten ohne dass es jetzt total nervig wird ich zeige euch auch dann gleich mal wie viele anzeigen ich da geschaltet habe da seht ihr also ich habe hier ein video von einer länge von 27 knapp 28 minuten und habe insgesamt drei werbeunterbrechungen geschaltet das ist also so im rahmen dessen beziehungsweise bin ich eher noch was die youtuber angeht ein bisschen zurückhaltend mit der werbung ich möchte ja auch dass ihr mir als zuschauer erhalten bleibt und nicht wegen zu viel werbung abspringt weil das nervt ja dann auch irgendwann auf jeden fall habe ich hier mit 2940 views 31,15 euro generiert das heißt also ich habe über 10 euro je 1000 views mit diesem video eingenommen das heißt also es rund das fünffache von dem video mit dem garagenboden sanieren und da könnt ihr auch schon genau erkennen dass es je nach inhalt je nach länge je nach geschalteten werbeanzeigen zu sehr unterschiedlichen ergebnissen bei den videos kommen kann und ich muss ganz ehrlich sagen so einen hohen jahr cpm heißt das glaube ich bei youtube fachjargon habe ich bei keinem anderen video also das ist tatsächlich von den einnahmen je 1000 views das beste video und man sieht auch dass die watch time relativ hoch ist und zwar mit 33 prozent jetzt rein prozentual gesehen nicht aber neun minuten watch time auf dem video das ist schon relativ gut es ist schon relativ viel und man sieht auch dass dieses video obwohl ich wann habe ich es hochgeladen schauen wir mal am 15 november hochgeladen habe immer noch regelmäßig ein paar views bringt jetzt nicht die welt aber ich gehe mal davon aus dass wird noch ein paar tage weiter entsprechende klickzahlen bringen das heißt also diese einnahmen hier werden weiter steigen wobei jetzt ab januar auch hier die einnahmen je 1000 klicks entsprechend fallen werden weil einfach diese hohen werbebudgets die noch im november dezember diesen jahres zur verfügung standen in der regel dann ab januar nicht mehr von den werbetreibenden zur verfügung gestellt werden und damit sinken von allen youtuber in der regel die einnahmen und jetzt zeige ich euch noch mal ein anderes beispiel für videos die ich ganz viel mache und die auch ja wie soll ich sagen eigentlich das repräsentativste für meinen youtube kanal sind und zwar sind das die breaking elektro news das ist also so eine art presseschaut zu nachrichten zur elektromobilität und da mache ich wöchentlich eine sendung und dann noch auch wöchentlich einen live stream und da sieht man dann hier schon ganz eindeutig da gibt es dann nach einer gewissen zeit keine views mehr das heißt also da ist dann nichts mehr weil es eine nachrichtensendungen anführungsstrichen ist ist das natürlich immer relativ tagesaktuell und das heißt nach den ersten zwei bis drei tagen brechen diese videos ein und dieses video ist auch ganz besonders schlecht gelaufen was die views angeht ist natürlich enttäuschend als youtuber wenn das so läuft aber dadurch dass dieses video auch nahe am november entsprechend hochgeladen wurde von mir hat es auch eine relativ gute monetarisierung gegeben wir rechnen das gerade mal aus 12 euro 32 durch 2357 hier sind wir dann also bei rund 5 euro 22 23 je 1000 views was natürlich auch absolut sensationelles und es wird sicherlich einige youtuber geben die auch gerne diese cpm hätten aber hier muss ich wie gesagt dazu sagen das ist auch wieder der tatsache geschuldet dass es richtung jahresende war also im sommer und auch im frühjahr hat man diese ja diese entlohnung je 1000 views in der regel nicht und hier könnt ihr dann auch noch mal sehen dass ich auch auf diesem video eine relativ hohe zuschauerbindung habe mit 9 44 durchschnittlicher watch time und wir gucken auch noch mal wie ich hier die werbeanzeigen platziert habe da seht ihr also habe ich eine entsprechende werbeunterbrechung vorgesehen also normalerweise bei einem video mit der länge setze ich in der regel zwei video unterbrechungen und da kommen wir jetzt noch zu einem video das sicherlich relativ durchschnittlich für youtube in sachen bezahlungen pro 1000 views entsprechend ist und zwar handelt es sich dabei um schneeräume mit schneeschild das muss ich euch wieder in der classic version des analytik studios von youtube zeigen da auch hier wieder daten fehlen in der neuen version da ist ja bis 2017 zurückgeht und da schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen im detail an ich habe hier also schon seit upload das entsprechend angegeben und ihr seht dieses video hat am anfang schon für meinen kanal ganz gute views gemacht damals also es waren 2017 das lief also ganz ordentlich und in der winterzeit habe ich in der regel dann auch etwas höhere aufrufe ich zeige euch das noch mal ein bisschen detaillierter und zwar sehen wir das jetzt hier ihr könnt ihr also erkennen jetzt wo es richtung november zugeht war es mal wieder ein bisschen höher wobei es jetzt schon wieder abfällt die höchsten views hatte ich hier also jeweils januar februar genau und hier dann auch im dezember als ich es veröffentlicht habe und dann schauen wir uns hier jetzt auch noch mal die einnahmen an und jetzt gehe ich mal wie gesagt auf den umsatz 38.000 views wir gehen also her nehmen die 64 euro teilen die durch 38 und dann sind wir hier bei einer bezahlung von 1 euro 68 je tausend views mit anderen worten das ist so im schnitt mit dem ich auch immer rechner aufs jahr gesehen also zwischen 1 euro 50 und zwei euro kammer ungefähr rechnen und wenn ihr diesen wert kennt und auch im hinterkopf behaltet könnt ihr so ganz grob aber wirklich nur ganz grob abschätzen was ein youtuber mit seinem youtube kanal tatsächlich verdient ich zeige das jetzt hier noch mal anhand von social bleed ihr könnt also davon ausgehen dass wenn ich im jahr einen durchschnitt von 200.000 views habe dass ich dann im monat auch so 400 euro im schnitt ungefähr verdiene als youtuber da würde ich mal sagen das ist so ungefähr das mittel youtube deutschland natürlich kann ich dafür jetzt nicht die hand ins feuer legen dass es wirklich bei jedem youtuber so ist das heißt also wer das video schaut von den youtuber und sagt so viel verdiene ich nicht oder ich verdiene viel mehr damit das ist alles möglich da gibt es eine ganz breite range und es ändert sich auch jedes jahr etwas bei youtube das heißt also der algorithmus bleibt nicht immer gleich es kann sein man hat ein jahr wo es gut läuft und das jahr drauf läuft es richtig schlecht auch gibt es immer wieder neue richtlinien zum beispiel copper heißt das glaube ich da geht es um den schutz von kindern da soll keine datenbasierte oder speziell zielgerichtete werbung für die kinder geschaltet werden können mit anderen worten kinderkanäle werden im jahr 2020 sicherlich eine deutliche verringerung ihrer einnahmen hinnehmen müssen wobei dieser kinder content wohl in der vergangenheit sehr hohe einnahmen je 1000 views gebracht hat das heißt also während der vergangenheit seinen content auf kinder ausgerichtet hat der hatte relativ hohe einnahmen im vergleich zu sonstigen youtube wollen ja gut das war jetzt also mal so mein einblick in ein paar videos was ich damit tatsächlich einnehme das heißt natürlich auch nicht dass ich das verdient habe denn ich muss zum beispiel für equipment geld ausgeben ich gebe also regelmäßig was aus hier zum beispiel das mikro das habe ich mir vor drei tagen bestellt oder vor vier tagen das hat auch gleich mal 129 euro gekostet man muss steuern bezahlen also mit anderen worten es ist ein hartes brot um auf youtube wirklich richtig geld zu verdienen wenn man spaß daran hat und sich ein taschengeld oder einen kleinen nebenverdienst dazu verdienen möchte dann kann ich das durchaus empfehlen mit youtube anzufangen wer aber daraus wirklich ja einen lebensunterhalt machen möchte ausschließlich aus youtube das ist ein hartes brot das wird euch richtig schwer fallen also es gibt natürlich immer wieder leute die durch ihr charisma oder durch die video inhalte so schnell so viele abonnenten und auch views generieren dass das funktioniert aber in den meisten fällen wird das eher schwierig bis unmöglich sein also ich kann auch nur sagen bis ich meinen kanal da hatte wo er jetzt ist und es ist ja immer noch ein absoluter mikro kanal hat es mich sehr viele arbeitsstunden sehr viel zeit gekostet aber es macht mir halt auch richtig spaß punkt a videos zu erstellen einfach ein bisschen kreativ zu sein und auch ein bisschen unsinn zu machen und punkt b auch die interaktion mit meinen zuschauern macht mir richtig spaß auch wenn ich live streams mache und kann mir den zuschauern direkt im chat interagieren aber wie gesagt wenn ihr alleine von youtube euren lebensunterhalt gestalten wollt dann wird es richtig schwierig dann gehört auch ganz viel glück dazu und wahrscheinlich auch noch ein bisschen personality weil wie gesagt wer heraussticht aus der masse der wird auch sicherlich auch heute noch auf youtube sein lebensunterhalt verdienen können ich hoffe es hat euch ein bisschen informationen gebracht und auch ein bisschen sensibilisiert dafür was so der einzelne youtuber tatsächlich mit youtube einnehmen kann und ob das vielleicht auch eine option für euch ist wenn ihr fragen habt anregungen oder kritik wie immer unten gerne in die kommentare wenn es euch gefallen hat lasst ein like da und auf jeden fall ein abo dalassen denn auf meinem kanal gibt es natürlich die besten videos und auch die besten inhalte